Wer von euch hat denn vor zwei Jahren die neue Hip-Parade auf RTL 2 gesehen? Okay, doch zu viele. Mit diesem Titel waren wir dabei und das Ganze heißt Ich drehe den Mond in eure Richtung. Auf geht's! So, es wäre super lieb, wenn wir die Hände ein bisschen nach oben nehmen. Einfach so stehen lassen und jetzt zusammenführen. So, der Mann an der Technik gibt ein bisschen Gas. Ich weiß noch, wie es war, du standst auf einmal da und hattest Liebe in deinem Blick. Kannst du noch ein bisschen Gas geben an der Technik? Es war wie ein Blitz-Einschlag, weil wir seit diesem Tag einfach unzertrennlich sind. Und ich spür, dass es auch so bleibt. So, nur einen Arm! Ich drehe den Mond immer noch in deine Richtung. Und jede Nacht schreib' ich mit Sternenstaub, wie verliebt ich bin. Und drehe den Mond immer noch zu dir hin. Ich weiß nicht, was es ist, doch, dass du besonders bist. Und ich fühl' ich seit dem ersten Blick. Sag mal, könnt ihr noch? Weil mit dir jeder Tag so viel zu lachen hat. Und wir unzertrennlich sind. Und ich spür', dass es auch so bleibt. Ich drehe den Mond immer noch in deine Richtung. Und jede Nacht schreib' ich mit Sternenstaub, wie verliebt ich bin. Und ich drehe den Mond immer noch zu dir hin. Ich drehe den Mond immer noch in deine Richtung. Und ich drehe den Mond immer noch in deine Richtung. Und jede Nacht schreib' ich mit Sternenstaub, wie verliebt ich bin. Und ich drehe den Mond immer noch in deine Richtung. Und ich drehe den Mond immer noch in deine Richtung.